Also wir sind jetzt hier angekommen, im Wessexin, so sieht es hinten aus, da steht der Göppel, im grünen, Kühlschrank, Schützstein, Hochherd, Flachbild, Schirm, Computer, genau wie im Prospekt und noch aus, das Bett ist auch hier, das ist gut, da gehen wir auf den riesigen Balkon, das ist etwa 1,50 Meter auf 1 Meter. Und da ist die andere Seite. Ein weiser Kahn, he? Ja, das ist gleich vorbei, he? Saukog! Auch hier sieht man überall Blut. Ginster wie Farocht. Alle Höher sind grügel. Da sind wir. Du kannst alles im Google anschauen. Nur stand ein, nicht auf dem Balkon. Und, was? Saläte.